Willkommen Leute, ich stehe hier jetzt gerade vor dem Krankenhaus, weil ich eben leider gestorben bin, bei der Mission. Deswegen dachte ich mir, fange ich doch einfach mal neu an, so mit euch und dem Handy. Und ja, das würde ich jetzt einfach mal so sagen. Da sitzen wir auch schon perfekt im Helikopter drin und dürfen jetzt aufs Dach fliegen. Genau. So, am Haus hier vorbei, das ist zu hoch. Helikopter ist echt genial. Ah, hier vorne ist es ja auch schon. Stopp, nicht so schnell. Halt, halt. Ja, ich möchte schon da vorne landen und nicht irgendwo anders. So, gehen wir einfach mal runter. Passt. Schnell aufsteigen, ups, das ging ein bisschen schnell. Naja, macht doch nichts. Hauptsache wir sind noch ganz und nicht gestorben. Ähm, wie ich sag's euch, ich bin hier eben gerade, als ich hier runtergegangen bin. Hier gibt's auch keine Leiter. Hier bin ich da eben da vorne runtergefallen. Moment. Da vorne bin ich runtergefallen. Und das war's dann leider mit mir. Aber diesmal bin ich etwas vorsichtiger. Und ja, genau das ist mir eben auch passiert. Aber dieses Mal nicht. Nicht mit mir. Hey, da ist Nico aus GTA 4. Alles trifft sich hier wieder. Ah, die Diamanten. Die finden sich doch auch wieder sehr schön. Ich hab völlig vergessen, na, zu sagen, was im letzten Let's Play passiert ist. Wir haben die erste Mission für Ray Bulgarian gemacht. Und ähm, da haben wir in der, im Parkhaus eine Schießerei mit den News angefangen. Und ja, da sind wir zum Glück Kai rausgekommen und haben den Rest nach, haben die beiden nach Hause gefahren. Die noch mit waren. Ja. Das war's vom letzten Let's Play. Jetzt würde ich sagen, spielen wir hier einfach mal. So, kann ich jetzt auch irgendwas machen? Oder will er hier noch laufen? Warte, 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 warte. Hör, wenn du mich rauskriegst, ich versuche, ich spiele es mit dir. Kannst du mir ein favorit und ich nehme es auch persönlich? Was? Ah, ja, moin. Nimm es nicht persönlich. Ich habe es nicht persönlich verloren, Mann. Nö, nö, wird er glaube ich nicht persönlich nehmen, wenn er wieder aufwacht und sich irgendwo wiederfindet in irgendeiner Ecke. Achso, das ist gar keine... Wo ist denn der? Wo sind die? Gut, dass ich den überhaupt nicht... Oh! Das gibt's nicht, oder? Wer sagt denn, dass der dazugehört? Mensch. Ja, das ist jetzt natürlich... Machen wir mal gleich weiter. Das fällt natürlich echt dämlich. Ich dachte, der gehört da gar nicht zu. Oh, oh, das war dämlich. Was, wenn wir jetzt einfach hier hochklettern? Was passiert denn? Ah, guck mal, da sind wir doch schon draußen. Das ging doch schnell. Ich dachte, ich muss mich da jetzt erstmal durchballern. Aber da standen Flüchte. So, ich würd sagen... So, ich würd sagen... Hallo! Herrlich, ich liebe diesen Helikopter. Aber das müssen wir jetzt eigentlich machen. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal die Cops loswerden. Da ist der Helikopter explodiert. Nicht mein Problem. Ja, okay. Ich flieg mal erstmal... Irgendwohin. Würde, finde ich. Ich würde von nüchtern zuhören. So, wir müssen jetzt hin. Ach, du Scheiße. Nehmen wir einfach mal hier eine Rakete. Ah, der flitzt uns doch nicht. Nicht mit uns. So, das war's. Oh, das ist echt herrlich, dieser Helikopter. Ah, da kommen noch welche. Was ist denn los hier? Wollt ihr nicht, oder? Ach, kommt schon. Sind die echt blöd und sind eben gerade gegeneinander geflogen? Ich glaube, ja. Oh, das war aber ganz knapp. Oh. Jetzt weiß ich, was wir mit gerne suchen und Raketen meinen. So, komm her, da. Was ist denn da los jetzt? Ich sehe nichts. Wo ist denn der? Da. Kann doch nicht sein. Na los. Yes. Endlich. No, hartnäckig. Oh, gut, dass wir jetzt schon fast da sind. Das ist ja praktisch. Ja, mit der Tastatur ist es leider nicht so einfach, ähm, das, das Heli, wollte ich gerade sagen, den Heli, äh, zu steuern. Wie mit dem Gamepad und mit der Maus habe ich es auch mal versucht, aber das geht noch weniger. Also, ich habe, glaube ich, schon die beste Methode gefunden. Und zwar mit, ja, beste Methode von mir aus. Also, ich habe ja keinen Gamepad. Und deswegen, jetzt kann ich ja nicht mal mehr landen. Das ist echt schwierig zu reden. Und dabei noch den Helikopter zu landen. So. Da hätten wir das doch. Das hat mich hier gerade lukt. Alles gut. Ja, da haben wir doch die Diamanten wieder. Oh, sieht gut aus, der Helikopter. Hey, hallo, du bist in Stile. Ja, Mann, ich lerne die ancient Art von Unterstatement von dir. Und schon fliegt der andere in den Helikopter weg. Danke, ich gehe direkt in die Sicherheit. Ja, sicher. Gleich neben der Emergency. Ja, sicher. Oh, ein Traum. Tony ist echt gut drauf. Ah, leider nicht 100%. 82. Ah, 1% zu viel Schaden. Ja, die Missionsergebnisse können nicht gespeichert werden. Ja, jetzt müssen wir nochmal Yusuf anrufen und sagen, dass der Helikopter noch ganz ist. Hoffe ich mal. Luis! Hey, Bro. Danke, dass du mir den Buzzer hervorrufst. Ich liebe, was du mit dem Schaden gemacht hast. Real subtel. Stattattattach-Shit. Das, was ich mache, Motherfucker! Sneak auf dem, Bitches! Hiebe in der fucking Sand. Dann fliehen! Ich bin ein Kobra. Ich bin ein Kobra im Meer. Fliehen mit meinen Kobra-Wings. Ich bin der Exekutiv fliehen, Kobra. Wenn ich meine Länge in dir stehe, wirst du wissen, dass du bist. Möchte er nochmal Kobra sagen? Ich weiß nicht. Äh, kann er ruhig nochmal sagen von mir aus. Er ist ein Kobra aus dem Wasser. Er ist eine Kobra von... Ähm, was weiß ich? Aus dem Gully-Deckel oder sowas. Ach, keine Ahnung. Lass ihn mal seine Kobra sein. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal auf den Weg. Ich habe noch nie gesehen. Der läuft ja echt mega komisch, ne? Naja, ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal auf den Weg. Wieder zurück. Zum Speichern. Und, äh, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, wie ich anfangen könnte. Sei es irgendwo runterspringen, irgendwo was machen mit einem Auto. Ich weiß es nicht. Sagt es mir einfach. Schreibt es in die Kommentare. Ich versuche das, ähm, unterzubringen. Und bei den Let's Plays zu nutzen. Jetzt haben wir natürlich das absolute Scheißauto. Entschuldigung, dass ich das so sage. Aber... Das Radio brüllt mir auch ins Ohr. Wir hören mal eben aus. So, hört jetzt das Radio aus. Jetzt könnt ihr mal mit dem Gequatsche besser zuhören. Falls ihr so wollt, aber ich... Ah, das war aber knapp. Ach, komm schon. Diese Taxen, die. Super lustig. Immer diese Leute, die mit offenem Kofferraum da stehen. Da kann man einfach nur... Oh, Toni ruht an. Alles klar. Hey, Don. Was ist passiert, Bro? Besonders mein Leben fallen apart in front of my eyes? Nicht viel ist passiert, Bro. Oh, oh. Someone told me, they saw you traveling around with some Russians. What the fuck are they? You've gone over to the dark side? Really? That's funny, man. Your friend must have been mistaken. Okay. Of course. Shit. The stress is really getting to me. Unauffällige, gute Drehung, würde ich sagen. Das war doch gar nicht so schlecht. So, wir sind auch gleich da. Ähm. Ein Abonnent hatte noch... Hatte sich nochmal gewünscht, dass ich... Ach, das Kackauto kann ich auch einfach hier stehen lassen. Dass wir ein bisschen Fernsehen gucken. Und da wir jetzt erst bei zwölf Minuten sind, schaue ich jetzt nochmal irgendwie eine oder anderthalb Minuten Fernsehen. So. Ah, das ist ja interessant. Igel World, Dark Darkness, wow. Boah. Faul um die Ansichtswertzeln. Ah, so ist doch herrlich. Ähm. Lautstärke. Ganz laut. Boah. Oh mein Gott. Das ist es, die final Fightsequenz. Oh, eine fucking Mando. Na gut, ich mache mich ganz viel leise. Jetzt muss ich hier so brüllen. Wobei wir noch faul Ansicht wechseln. Stellen wir uns einfach mal hinter die Couch. Hier hinten steht es sich ganz gut. Deswegen. Oh, es wird, glaube ich, dunkel. Na gut. Schauen wir mal wieder richtig hin. Was da so abgeht. Super lustig. Oh, herrlich. Das Fernsehen. Ich kann mich ja auch einfach mal hier hinsetzen und einfach mal 13, 14 Minuten nur Fernsehen gucken. Ich wette, irgendwann wiederholt sich das oder sowas. Oh, jetzt machen wir doch mal ein bisschen lauter, damit wir auch den vollen Sound-Effekt haben. Das ist Horscheid. Wie ein Wilder. Na gut, ich würde sagen, das mit dem Fernsehen gucken lassen wir jetzt. Oder? Moment, nur ein bisschen gucken wir noch. Naja, okay, reicht. Ähm, ich speichere mal eben. So, speichern wir mal. Da speichern wir. Gut. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht mir Vorschläge, wie ich anfangen kann. Schreibt es in die Kommentare. Verbesserungsvorschläge könnt ihr gerne machen. Alles klar, ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.